Der Lindenberg ist ein 749 Meter ü. nhn Meter hoher Berg am Nordrand des mittleren Thüringer Waldes. Er befindet sich auf dem Gebiet der Stadt Ilmenau, wo er nach dem Kickelhahn die zweithöchste Erhebung und der zweite Hausberg ist. Besondere Bedeutung hat der Lindenberg nicht nur als Naherholungsgebiet, sondern auch als Sportgebiet mit zahlreichen Möglichkeiten für Sommer- und Wintersportgeografie. Der Lindenberg liegt südlich der Stadt Ilmenau. Seine Spitze ist Luftlinie nur einen knappen Kilometer vom Stadtrand entfernt. Die Bebauung reicht hier bis etwa 550 Meter Höhe. Die Ausdehnung des Bergmassivs beträgt rund 2 Kilometer in Ost-West und ebenfalls etwa 2 Kilometer in Nord-Süd-Richtung. Umgeben ist es von den Tälern des Gabelbachs im Westen, der Ilm im Norden und der Schotte im Süden und Osten. Nur ganz im Südwesten, zwischen Gabelbach und Schotte ist der Berg über einen etwa 600 Meter breiten Sattel mit der Hohentane verbunden. Der Höhenunterschied zum Ilm-Tal im Norden und zum Schotte-Tal im Nordosten beträgt rund 250 Meter. Der einzige nennenswerte Nebengipfel ist der 638 Meter hohe Floßberg nordöstlich des Lindenbergs. Neben Ilmenau liegt in der Nähe des Berges Hörenstock, etwa 2,5 Kilometer östlich. Der Lindenberg ist komplett mit Fichtenmonokulturen bestanden, die zum Ilmenauer Stadtforst gehören und in städtischem Eigentum sind. Allerdings kam es beim Orkan Küril am 19. Januar 2007 zu einem großflächigen Windbruch, der nahezu den gesamten Baumbestand der nördlichen, der Stadt zu gewandten Seite des Berges vernichtete. Die Wiederaufforstung ist hier im Gange, wobei ein Mischwald, von dem man sich eine höhere Windbeständigkeit erhofft, gepflanzt wird. Unter dem Motto Ilmenau pflanzt den neuen Wald begann am 31. März 2007 die Wiederaufforstung. Der durch den Orkan Küril stark in Mitleidenschaft gezogene Lindenberg wird unter Mithilfe der Ilmenauer Bürger wieder mit Rotbuche, Berghorn, Dacklersee und Weißtanne unter fachlicher Anleitung neu bepflanzt. Als Begleitbaumarten werden Winterlinden, europäische und japanische Lärchen gepflanzt sowie die Naturverjüngung aus Fichte, Birke und Eberesche genutzt. Es ist vorgesehen, auf den Kahlschlägen in den nächsten Jahren Mischwald anzupflanzen. Im Sommer 2008 brachte ein Jugend- und Kulturverein den Vorschlag in die Diskussion ein, auf der Kahlen-Nordseite einen Ilmenau-Schriftzug nach dem Vorbild des Hollywood-Sign anzubringen. Sie konnten sich mit dieser Marketing-Idee allerdings nicht durchsetzen. Geologisch besteht der Lindenberg aus verschiedenen Porfürgesteinen, wobei an seinem Nordrand eine Störung verläuft, durch die sich dort ein vielfältiges geologisches Profil ergibt. Auch für den Bergbau war der Lindenberg früher sehr bedeutend, so wurden dort vor allem Braunsteine und Flussspat abgebaut. Die Schachteingänge befanden sich größtenteils im Schortetal, wo heute das Schaubockwerk volle Rose liegt. Wegenetz Der Lindenberg wird durch ein dichtes Wegenetz erschlossen. Der Kummeweg führt von der Stadt zum Gipfel und ist der bekannteste Weg auf den Berg. Ein Weg führt auch von der Schortemühle von Osten her hinauf und einer verläuft neben der alten Bobbahn vom Gabelbachtall zum Gipfel. Nach Süden gibt es einen Weg entlang des Grates zur Herzogröderwiese am Wanderparkplatz des Kickelhahns an der Straße von Ilmenau nach Neustadt am Rennsteig. Ergänzt wird das Netz durch zahlreiche quer zu den Aufstiegswegen verlaufende Pfade. An der Nordseite sind viele Wege durch den Orkan Kyril zerstört worden und werden in etwas geändertem Verlauf wieder angelegt. Tourismus Der Lindenberg ist vor allem Wanderziel für Einheimische, da er nicht so bekannt ist wie sein Nachbar, der Kickelhahn. Im Gegensatz zu diesem verfügt er auch nicht über einen Aussichtsturm. Da die Nordseite allerdings derzeit ohnehin unbewaldet ist, bietet sich nahezu auf jedem Schritt des Aufstiegs von Ilmenau her ein guter Blick über die Stadt ins nördliche Vorland des Thüringer Waldes. Dort liegen die Pörlitzer Höhe, dahinter die Rheinsberge und andere Hügel. Auch nach Südosten eröffnet sich von der Spitze eine gute Aussicht über die nördlichsten Ausläufer des Thüringer Schiefergebirges. Hier befand sich eine kleine hölzerne Aussichtsplattform, die allerdings vom Orkan Kyril ebenfalls zerstört wurde. Auf dem Lindenberg steht die Bobhütte, eine Gaststätte, die aus der 1926 errichteten Clubhütte des Ilmenauer Bobclubs hervorging. Sport Am Lindenberg befinden sich fast alle Wintersportanlagen der Stadt Ilmenau. Zunächst ist hier die alte Rodelbahn aus dem Jahr 1909 zu nennen, die an der Westflanke des Bergs am Gabelbachtall verlief. Die Ilmenauer Bobbahn von 1926 schlängelte sich von der Bergspitze bis zum Teil des Gabelbachs und wurde bis in die 1960er Jahre befahren. 1989 entstand am Nordosthang des Berges die im Sommer- und Winterbetrieb genutzte Rennschlittenbahn Ilmenau. Damit befinden sich die Wurzeln des Ilmenauer Rodelsports, aus dem bis heute zahlreiche Olympiasieger hervorgegangen sind, am Lindenberg. Der Epine-Abfahrtscheng an der Westseite des Lindenbergs ist 750 Meter lang und überwindet gut 200 Höhenmeter. Er verfügt über einen Lift. Teilweise auf dem Abfahrtscheng, teilweise im Wald daneben verläuft die Ilmenauer-Downhill-Strecke. Auf der gelegentlich Rennen des IXS-Almen-Downhill-Cups stattfinden. 2007 wurden hier die deutschen Meisterschaften im Downhill ausgetragen. Neben dem Abfahrtscheng befinden sich darüber hinaus die beiden kleinen Skisprungschanzen Ilmenaus. Namenspatenschaften Nach dem Lindenberg ist eines der beiden Ilmenauer Gymnasien benannt. Es befindet sich am Nordrand des Berges und trägt den Namen seit 1991, als es aus der Post Wilhelm-Pick hervorging. Außerdem ist die Wohnstraße Lindenberg an seinem Fuße ebenfalls nach dem Berg benannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017